Ja, ein herzliches Hallo aus Schwächert. Hinter mir unsere momentan leider geschlossene Kirche, aber das macht nichts. Ich habe nämlich eine besondere Einladung für euch. Diesen Sonntag, 3.1., haben der Benjamin, mein Mann und ich uns gedacht, dass wir Lockdown und Ferien nutzen, um einmal ein etwas anderes Angebot zu machen, nämlich einen Gottesdienst, den wir direkt von uns aus dem Wohnzimmer streamen. Es wird sehr gemütlich, interaktiv. Wir haben auch mehrere kleine Videobeiträge von verschiedenen Leuten aus der Gemeinde bekommen. Die Idee ist einfach, wir fangen 2021 gemeinsam und vielleicht etwas anders als gewohnt an. Wer jetzt für den Jahreswechsel irgendwie auf der Suche ist nach einem Angebot im Internet, für den habe ich zwei Empfehlungen. Zum einen heute gibt es einen Altjahresgottesdienst, den mein Papa, der Dieter Fritz, Lektor in Tirol, halten wird. Der kommt dann auch aus Tirol, der Gottesdienst. Spertisau am Aachensee, Verschneiter, kleiner Ort, schöne kleine evangelische Kapelle. Herzliche Einladung, da dabei zu sein. Es ist unten verlinkt. Und zum anderen, am 1.1. gibt es ein neues Angebot von der Evangelischen Kirche in Niederösterreich, also insgesamt Niederösterreich. Und da wird unser Superintendenter Lars Müller-Marienburg einen 15 Minuten sogenannten Sofa-Gottesdienst anbieten. Am 3.1. dann wie gesagt unser eigener Startgottesdienst ins neue Jahr. Und dann ab 10.1. ist wieder der normale Streaming-Gottesdienst hier aus der Kirche, allerdings leider nur online. Erst nach dem Lockdown wird es wieder möglich sein, auch hier direkt vorbeizukommen. Ich freue mich auf alle Fälle mit euch, mit ihnen am Weg zu sein und wünsche euch im Namen von unserem Team auf diese Art und Weise ein gesegnetes, gutes, neues Jahr 2021. Bis bald.